Guten Tag, liebe Gemeinde und Warnhinweis, dieses Video gefährdet Ihre geistige Unmündigkeit, denn es geht um, Achtung, Aufklärung. Und ich werde zwar manchmal Dr. Sommer genannt, aber enttäuschenderweise geht es bei der Literatur der Aufklärung überhaupt nicht um Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Andererseits finden manche Menschen die Aufklärung trotzdem total sexy, weil es ums Denken geht. Deswegen fangen wir doch mal mit einem sexy Philosophen an. Ja, hallo, ich bin's, Dankeschön, Gottfried Wilhelm Leibniz. Ich war ja auch Philosoph, aber Sie kennen mich wahrscheinlich eher als Erfinder von... Nein, nicht von diesem Keks mit 52 Zähnen, sondern der Infinitesimalrechnung. Na und warum war ich so ein Genie? Wir hatten nach diesem ganzen 30-jährigen Krieg im 17. Jahrhundert damals, ne, religiöser Fanatismus, die Nase so gestrichen voll, dass wir einfach mal das Zeitalter der Vernunft eingeläutet haben, so ab 1700. Und Wissenschaft beruht nun mal einerseits auf Rationalismus, siehe Descartes, ich denke, also bin ich. Genau, und andererseits auf Erfahrungswissen, empirischen Erkenntnissen, siehe John Locke, macht Experiments, sammelt Experiments. Genau, damit haben wir die tollsten Sachen entdeckt und ich bin voll optimistisch für die Zukunft. Immerhin leben wir in der besten aller möglichen Welten. Pardon, da muss ich gleich mal einhacken, was? Mein Name ist François-Marie Arouet, genannt Voltaire. Ich bin auch Philosoph und Schriftsteller. Man sagt immer, die Deutschen haben keinen Humor, aber die beste aller möglichen Welten, das ist der Witz des Jahrhunderts. Da schreibe ich gleich mal meinen ironischen Roman Candide oder der Optimismus darüber. Warum werde ich immer missverstanden? Ich gehe jetzt... Jetzt, s'il vous plaît, akzeptieren Sie einfach, dass wir Franzosen die echten Aufklärer sind. Hier, unser Diderot und D'Alembert, genau. Wir haben die große Ecyklopädie herausgegeben, wir bringen das Licht des Wissens in die Welt und wir sind die Schrecken der Quizshows. Exaktement, sogar die Fürsten wurden aufgeklärt. Wie zum Beispiel, mein alter Kumpel Friedrich II. von Preußen. Friedrich der Große, bitte, ja. Ich liebe die französische Sprache, Philosophie, Literatur und in Preußen soll jeder nach seiner Fasson selig werden. Genau, aber das Sagen hab ich. Ah, manchmal zweifle ich ein bisschen am Erfolg der Aufklärung. Das müssen Sie nicht, oh Gott. Ich bin ein Riesenfan von französischer Literatur und dem Glauben an die Vernunft. Mein Name ist Johann Christoph Gottschild. Ich habe die deutsche Literatur im Namen der Aufklärung vom Rokoko-Pomp befreit und 1730 meinen Versuch einer kritischen Dichtkunst vor die Deutschen geschrieben. Das ist sozusagen ein Baukastensystem für aufgeklärte Literatur. Bestellen Sie noch heute. Aber vor allem habe ich im Theater eine ästhetische Grundreinigung durchgeführt und den Hans Wurst von der Bühne vertrieben. Aua! So, jetzt reicht's. Mein Name ist Gotthold Ephraim Lessing und dieser Hans Wurst hier, Gottschild, hätte besser mal seine Finger vom Theater gelassen. Statt dieser knochentrockenen Baukastendramen habe ich angefangen, Stücke mit echten Menschen zu schreiben. Ja, realistisch, wie Shakespeare und mit Themen, die was mit dem Bürgertum zu tun haben. Ja, wir sind doch die, die den Laden am Laufen halten, wir Kaufleute, Wissenschaftler, Handwerker. Also schreibe ich auch für uns und nicht für irgendwelche noch so aufgeklärten Fürsten, auch wenn wir politisch noch nichts zu sagen haben. Also, bang! 1755 Miss Sarah Samson, das erste bürgerliche Trauerspiel. Bang! 1767 Minna von Barnhelm, Komödie mit starker Frauenfigur, gibt's bis heute kaum. Bang! 1772 Emilia Galotti, der Dauerbrenner für den Deutschunterricht. Und ich, meine Damen und Herren, war auch dabei, als wir in Hamburg versucht haben, ein Nationaltheater aufzubauen, um dieses in Mini-Staaten zersplitterte Deutschland wenigstens mal kulturell ein bisschen zu einigen, was blöderweise gescheitert ist. Und wir waren heilfroh, als sie aus Hamburg wieder weg waren! Sie Ketzer! Oh nein, Hauptpastor Melchior Götze, der humorfreiste Korinthenkacker von einem lutherischen Pastor, den es überhaupt gibt, mit dem hatte ich so'n Beef. Die Bibel stimmt Wort für Wort! Einfach glauben! Nein, sondern das Hirn einschalten und mal nachdenken, was diese Bilder im übertragenen Sinne bedeuten und auch vor allem tolerant gegenüber anderen Religionen sein. Nein, doch! Nein! Ah, jetzt hab ich Publikationsverbot zu religiösen Fragen. Mann, ist das doof, wenn man als Bibliothekar bei einem Fürsten angestellt ist. Hehehehe! Dann schreibe ich jetzt mein ultimatives Stück über religiöse Toleranz gegen alle Fanatiker dieser Welt, nämlich Nathan der Weise. Das Märchen über die Völkerverständigung. Das ist Literatur, das kann keiner zensieren. Mist! Äh, Entschuldigung, kann ich auch mal kurz was sagen? Also bitte. Es gab auch eine Gegenbewegung zu diesem ganzen Vernunftkult der Aufklärung da hinten, ne? Mein Name ist Friedrich Gottlieb Klopstock und nein, niemand nennt mich Kloppo. Und ich hab erstmal das total emotional intensive Vers Epos der Messias geschrieben und dann meine berühmten Oden nachgelegt. Zum Beispiel die Frühlingsfeier, die in Goethes Werther vorkommt, ne? Bei mir ist immer alles erhaben. Sowas von, äh, empfindsam. Ach, ein Schmetterling. Boah, sowas will ich auch machen. Äh, hallo, Christoph Martin Wieland heiße ich. Oder, naja, vielleicht mach ich doch erstmal was Lustigeres. Ach komm, ich fang mit der ersten deutschen Shakespeare-Übersetzung an. Und dann hau ich den ersten deutschen Entwicklungsroman raus, die Geschichte des Agathon. Und da versuche ich doch einfach mal, Schönheit, Güte und Weisheit, beziehungsweise Vernunft zu vereinen. Das ist doch irgendwie auch vernünftig, oder? Oh, ein Jobangebot in Weimar. Naja, riecht ja auch schon total nach Klassik, was ich so mache. Da geh ich doch einfach mal hin. Äh, gut. Aber bevor wir nach Weimar kommen, möchte ich abschließend die Aufklärung nochmal zusammenfassen. Immanuel Kant ist mein Name. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit heißt, nicht selbstständig denken. Daran ist man selber schuld, wenn man eigentlich schlau genug ist, selber zu denken. Deshalb traut euch mal, selber zu denken. Oder lateinisch, sappere, aude. Äh, danke, Professor Kant. Äh, bitteschön. Bitteschön. Na, das war doch kantig, oder? Wir sind echt happy, dass er wirklich aufgekreuzt ist, denn er hat sich Zeit seines Lebens, keinen Zentimeter aus seinem Geburtsort Königsberg wegbewegt. Naja, damit ist auch gut, denn jetzt wird der Sturm und Drang wichtiger. Und das, liebe Gemeinde, war die Epoche der Aufklärung. Vielen Dank. Vielen Dank.